Yo, was geht ab? Herzlich Willkommen auf DOWG, meine lieben Freunde. Rapper Mero ist krank. Genaue Infos dazu gibt es bisher noch nicht. Aus menschlicher Sicht wünschen wir ihn erstmal alles Gute und eine schnelle Genesung. Er hat vorerst via Instagram die Festivals abgesagt, das Wireless Festival in Frankfurt, sowie das Multifestival in Gelsenkirchen. Rapper Eno hat dazu einen Instagram Post veröffentlicht. Ich blende es mal kurz ein, meine lieben Freunde. Was geht ab, Freunde? Ich bin gleich in Gelsenkirchen, auf dem Multifestival. Mein Bruder Mero ist krank. Viel mehr bekommen. Bruder, gute Besserung. Aber ich habe zwei Überraschungen vor euch. Mein Bruder Sero Mero ist mit am Start. Mein Bruder Mayer Biasen ist auch gleich da. Es wird blöd, wir werden trotzdem Spaß haben. Nachdem Mero ein Bild dazu hochgeladen hatte via Instagram, haben viele Fans unter dem Post ihre Meinung dazu gegeben, die meist natürlich eher negativ war. Welch eine Überraschung. Ich meine, was natürlich klar ist, oder nicht, meine lieben Freunde? Keine Klickskäufer wünscht schöne Grüße und gute Besserung. Viele freuen sich, dass er nicht auftreten kann und nicht auftreten wird. Und jede Menge schlechte Kommentare. Ich habe sie zum Teil alle gelesen und musste hier und da wirklich schmunzeln. Meine lieben Freunde, wer es natürlich auch gelesen hatte, was da unter diesem Post war, also ihr seid die Glücklichen, denn mittlerweile hat er die Kommentarfunktion unter diesem Bild leider deaktiviert. Welch ein Jammer. Und wie komisch. Da vor einigen Wochen herauskam, dass er sich die Klicks und den Hype auf Instagram sowie auf YouTube gekauft haben soll, scheint es bislang so, als würde er diesen Stempel so schnell nicht wieder loswerden. Ah, Mamero. Ich meine, seine Klicks sind ja wirklich unrealistisch schnell hochgestiegen. So ein Erfolg kam, bis er nicht mal etablierte Künstler in Deutschland geschafft, abgesehen von Deutschrap. Aber naja, ich habe schon viele Videos dazu gedreht, meine lieben Freunde, und ich stehe zu meiner Meinung. Ihr könnt euch gerne alle Videos anschauen und abonniert am besten meinen Kanal, um keine Videos und News von mir zu verpassen. Das war's mit diesem Video. Bis die Tage. Peace now, meine lieben Freunde. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.